Heute machen Broxy und ich in GTA 5 mal wieder ein richtig, richtig cooles Verwandlungsrennen. Es wird richtig, richtig wild, wir werden uns träumen, wir werden unter Wasser fahren. Und ich sag euch ganz am Ende, Freunde, vielleicht werde ich dieses Rennen endlich mal gewinnen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Hört gerne auf den Like und auf den Abo-Button, wenn ihr mehr in GTA 5 zu folgen sehen wollt. Und jetzt viel Spaß. Yo, aus dem Weg, ey. Ah ja, weg mit dir, weg mit dir. So ein Ding ist das heute. Wir spielen heute wieder ein GTA 5. Das werde ich mir sowas zu merken. Wie spielt ein GTA für Verwandlungsrein, Broxy? Und hier ist schon der erste Rollride am Start? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin direkt durchgezogen. Du musst springen und dann so seitlich gehen. Aber nur kleiner Tipp, ne? Aber wie springt man? Ah, so springt man. Ja, ja, okay, okay, okay. Genau, man muss dann nur springen und dann so seitlich gehen. Und jetzt muss ich hier irgendwie... So, ja. Oh, 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 nein, ich bin schon wieder runter. Ich hab schon den nächsten Checkpoint-Minion. Was, du bist schon am Start? Okay, okay, ja, warte mal, ich komm hier sofort. Ich probier nochmal direkt. Ich fahr hier über die Rampe und spring hier. So, jetzt sollte das aber... Ach, verdammt! So, Broxo, ich komm angefahren. Oh, wie knapp du unten fährst, holy moly. Alles, alles gut, alles gut. Ich komm hier mit Speed. Ich nehm hier nochmal den Boost mit, auf entspannt. Hö! Alter! Mach doch nicht dies mit mir hier. Ich will hier auf entspannt zum Checkpoint. So. Ja, gut, okay. Also jetzt müssen wir hier vorne, denk dran, springen und mit A boosten. Mit A boosten. Ah, das wusste ich nicht. Oh, nein. Ja. Oh, nein, ich wusste nicht, dass du boosten kannst. Oh, nein. Und, 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 und. Uuuuh, rüber hier, rüber hier. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Oh, nein, ich muss einmal kurz andippen, damit ich es wieder aufladen kann. Und springen und boosten, 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 boosten. Oh, nein. Boosten. Verdammt. Ah, schade, schade, aber jetzt schaffe ich es. Pass auf. Ah, perfekt. Ich habe zuerst geboostet und dann bin ich gesprungen. Ah, aber ich schaffe es. Oh, das schaffst du aber. Aber ich schaffe es sogar übel krass. Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Alter. Ich spring richtig gut. Oh, ha. Alter, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Digga. Digga. Ah, oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Habe ich jetzt überhaupt genug Speed? Oh, Gott, was machen wir denn hier jetzt? Hä? Äh. Äh. Ach so. Wow. Äh. Wow. Nein. Oh, mein Gott. Wo bist du denn? Oh, wow. Oh, mein Gott. Ich bin viel zu weit geflogen. Okay, Broxo, Broxo, wo ist hier der Checkpoint? Sag mal an. Denk dran, du musst boosten. Oh, mein Gott. Ja, ja, ich habe es gecheckt. Ich habe es gecheckt. Aber wo muss ich denn jetzt hier hin? Oh, da kommt der. Wo muss ich jetzt hier hin? Oh. Oh, mein Gott. Okay, hier ist der Checkpoint. Hier, du musst den Checkpoint holen. Okay, okay, okay. Und da jetzt? Ach, da muss man immer so springen, oder was? Oh, ja, genau. Da muss man immer so springen. Okay, okay, okay. Ich verstehe. So, hier. Aus dem Weg, Kollege. Aber es ist ja entspannt, dass man immer Checkpoint für Checkpoint das machen kann, ne? Ja, du musst halt. Ja. Oh. Ja. So, auf easy wieder rüber. Oh. Und direkt nochmal neu. Oh, gut, dass ich noch boosten konnte. Oh, aufspringen nochmal. So. So, das ist ja easy hier eigentlich, ne? Ja. Nein, der war noch nicht aufgeladen, mein Sprung. Oh, nein. Ich komme jetzt nochmal zurück, Kaspar. Okay, warte mal. Ich probiere mich hier nochmal. Oha. Alter. Alter. Alle Checkpoints auf einmal. Ich habe drei Stück eingesammelt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, jetzt müssen wir da vorne runter. Müssen wir hier runter. Ja. Man muss da nämlich gar nicht springen, glaube ich. Ich glaube, du hättest auch einfach nur... Oh. Nein. Oh. Nein. Oh Mann, verdammt, ey. Was ist das denn? Ich glaube, wir hätten damit die ganze nur so die Streifen müssen, die Checkpoints sozusagen. Ja. Okay, okay, okay. So. Und. Flieg doch. Oh, mein Gott. Wie? Wie fliegt der denn hier schon wieder? Wie ist der denn schon wieder geflogen? Ich glaube, ich muss das hier nach oben oder sowas. Boosten. Boosten. Wow. Hör doch auf zu boosten. Ja. Okay. Wo fliege ich denn ganz hin? Okay, okay. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Oh, so. Ich komme rein hier. Wo bist du reingefahren, du Samar? Ich bin hochgefahren. Die Rampe hochgefahren. Muss man da boosten oder was? Ja, ja. Du musst boosten. Wow. Wo bist du hin? Hä? Wo muss ich denn jetzt rauf? Oder wo muss ich hin? Bin ich hier schon richtig jetzt? Ich glaube, ja. Da bin er. So. Ich habe den Checkpoint noch nicht. Hör auf. Nein. Hör auf. Nein. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Nein. Und jetzt mache ich direkt die nächste Rampe auch noch. Ja, ich komme auch direkt hier mit dem Nächsten. So, komm, boost. Hoch, hoch, hoch. Und. Yeah. Easy, Digga. Da unten sehe ich schon den Checkpoint auf Entspannen. Hä? Nein. Nein. Ja. Nein. Ich fliege viel zu weit. Nein, ich komme nicht hoch. Ich bin zu weit geflogen. Jausa. Yippie. Hau ab. Hau ab. Ich habe das Ding hier. Okay. Okay, okay, okay. So, alles klar. Mitgenommen, mitgenommen. Oh, was ist jetzt los? Oh, wir verhandeln uns. Oha. Oh mein Gott. Hä? Ihr habt uns teleportiert. Lol. Wo sind wir denn jetzt auf einmal? Gute Frage. Achso, wir kommen runter. Bist wir durch die Röhre durch? Huuu. 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 Wir fahren verkehrt herum. Huuu. Huuu. Wie geil. Alter. Ich bin einfach so ein Käfer. Ich bin kalt der Käfer, der auf dem Rücken liegt. Huuu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo geht es hier denn? Alter. Hä? Lol. Was geht da? Nur ein Weg ist richtig. Ich sag es ist hier. Ja. Nein. Oh mein Gott. Das ist hier voll noch das Knobelrennen. Oh mein Gott. Hau ab. Aus dem Weg. Hau ab. Digga. Aus dem Weg. Ja Digga. Ich häng fest jetzt. Ich auch. Weil du keinen Platz machst. Digga. Hau doch. Ich kann nicht rückwärts fahren. Weil du auf meinem Dings hier stehst. So. Jetzt. Oh. Oh. Digga. Hör auf jetzt. Aus dem Weg jetzt. Da kannst du ja mal 10 Jahre warten. Ich fahre jetzt hier weiter. Hol mir hier den Checkpoint und fahre direkt durch die richtige Wand. Ach mal. Oh nein. Ich bin aus dem Sinn abgecrasht. Oh komm schon. Hä? Als wenn man da lang muss. Äh? Irgendwie ging das eben nicht kaputt. Geht auch nicht. Okay. Die Wände gehen auch nicht. Okay. Oh. Ach so. Oh nein. Aha. Okay. Nein. Das war das falsche Ding. Verdammt. Das war auch das falsche Ding genommen. Das ist das richtige, oder? Welches? Oh Mann. Was ist das in der Mitte, Digga? Das war so am offensichtlichsten. Nein. Digga. Du würdest sagen, dass das ganz rechts ist, oder was? Ja. Man braucht gar keinen Boost bei dem Ding. Ach so. Wibibi. Muss auch erstmal drauf kommen, ne? Ja, ja. Da muss man echt mal drauf kommen. Oh. Warte. Warte mal, was soll man jetzt hier machen? Das ist richtig tricky. Okay, das ist wieder nur einer der richtigen Wege, ja? Das ist nur einer der richtigen Wege, okay. Ah. Ah. Der ist falsch. Der ist falsch. Spaß. Der ist richtig. Du hast den ganz links außen genommen, ne? Ich glaube. Du hast den doch ganz links außen genommen. Und das ist auch der. Oh mein Gott. Ach, Mann, er hat den aufbekommen. Oh mein Gott, Digga, es war so knapp, Junge. Aha, aha, aha. Ich bin hier, wo du aufgekommen bist. Da bin ich auch aufgekommen. So, weiter geht's hier. Backflip. Kann man hier vielleicht abkürzen? Kann man hier abkürzen? Kann man hier abkürzen, wenn man die Fernsehung... Oh, ich kann mich wieder teleportieren. Hau rein. Okay. Probier mal. Bam, direkt reingejumpt. So, teleportieren hier, oder was? Ja, ja, man teleportiert sich dann irgendwie. Oh mein Gott. In die Röhre rein, oder was? Ja, ja, ja. Aua! Oh Mann. Wichtig, wichtig, wichtig. Verdamm, 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 verdamm. Und jetzt durchziehen, jetzt durchziehen. Ich glaube nämlich, viele Checkpoints gibt es hier nicht mehr. Ne, noch so zehn Stück ungefähr. Okay, ja. So, komm. Oh, nein. Oh, lol. Das Käsegitter. Nein. Das Käsegitter. Hast du das nicht geschafft? Ich bin da voll gegengedüst. Oh, ich bin zweimal durch. Ich bin, glaube ich, zweimal richtig durch. Durch das Gitter. Wie viel Glück kann man schon haben. Oh mein Gott. Und hier das nächste auch nochmal durch. Ich kann den Autot einkontrollieren. Oh mein Gott. Nein. Da unten entscheidet es sich, ob du uns Wasser spielst oder nicht. Ach Mann. Ich seh nix. Lol. Verdammt. Lol. Was denn? Das ist ja mal richtig krass hier. Ah, du bist ja unter Wasseraufgangs entspannt. Nee, 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 nee. Ich komme. Nee, 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 nee. Ich komme. Ja, komm. Auf A kannst du boosten. Auf A? Ja. Lol. Wenn man gedrückt hält, ne? Ja, muss man würde sagen. Ha, wahrscheinlich, oder? Was ist? Was ist? Ja. Was ist? Das ist nicht bei mir. So, hau rein. Ja, perfekt. Als wenn du dann rüber bist. Oh mein Gott. Oh, hier rüber. Ja, wichtig. Hä, wie kann man denn? Und jetzt? Oh. Oh mein Gott. Runter, ich runter, 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 runter. Ja. Checkpoint, der ist ja nach oben. Okay, okay. Habe ich auch. Checkpoint, wieder nach oben. Oh Gott, ich bin wieder gecrasht. Ja, ich auch. Hier musst du jetzt A gedrückt halten. So, und? Nein, ich hängel fest. Du hast A gedrückt halten. Hängel fest. Hängel fest. Hängel fest. Und komm schon, rüber jetzt. Meiner geht einfach nach oben, Alter. Ja. Wichtig. So, okay, das war auch wichtig. So. Und jetzt, ich will steil runter. Ja, da vorne ist das Ziel. Nein. Da vorne ist das Ziel. Gib Stulle. Gib Stulle. Runter, weiter, los. Ja. Ja, boost. Runter, runter, runter. Boost, boost. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, geh hoch. Oh mein Gott, als wenn es jetzt so knapp ist hier. Ja. Ja, boost. Ja. Ja, boost. Ja. Nein. Los. Ja. Los. 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 Ja, alle nach oben. Los. Alle nach oben. Scramjet. Los. Ja. Los. Nein. Ach, Mann. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holt sich noch ein? Holt sich noch ein? Wie knapp wird es hier? Nein. Ja. 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 Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist in der Geschichte passiert. Gewonnen. Ja. Ich habe einfach genau richtig angewendet, Alter. Ich sage es dir. Ich hatte einfach am Ende keinen Boost mehr. Digga, du kriegst ja noch ein IVG in Vergessenheit geraten. Ja, Digga. Oh mein Gott ist abgestürzt. Jetzt weißt du nicht, wie ich mich spiele. Ich bin jetzt abgestürzt. Ja, alles klar. Wahrscheinlich abgestürzt, Digga. Mann, ey. Ja, Mann, endlich mal gewonnen. Ich würde auch immer sagen, Freunde, das war es mit der heutigen Folge GTA 5 gewesen. Seid ein erfolgreicher Sieg mal wieder in GTA 5. Wenn ihr mehr Folgen mit Proxy sehen wollt, gerne auf den Like und auf den Aber. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, was für coole Rennen wir fahren sollen. Tut mir jetzt nochmal, check gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Hab einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.